ARD Text im Auftrag von Funk Miau! Und zurück beim Sonntags-Game Es ist das erste Mal, wir werden jetzt jeden Sonntags-Game-Präsentier-Oni Random-Irgen-Rausen-Suchen Und heute als erstes ist Ski-Challenge 2013 dran Powered by Game Twist Und äh Spielen würde ich mal sagen SPILEEN Was machen wir? Einen Wettkampf Wettkampf Kröten Du bist noch nicht... Sie sind noch nicht qualifiziert Qualifiziert, ok, go go Zeitrennen, spielen Ja, dann gehen wir, komm spielen Sonne, Schnee, Eis Neuschnee Spielen Go 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 Uuuuuh Ah Typen Sammergeil Spiele Wow, sonst kann man hier Ah, ich habe hier mit 100% zur Verfügung Und ich muss... Oh, wir nehmen die Classic Ah, ich kann mich noch selber verstellen Aha Huh, ich kann überhaupt gar nicht mehr Gleiten Ich brauche mehr Gleitskraft Äh 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 Und wir sagen Go 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 Synchronisierung Mir doch gleich. Ich komme auch mal, als ich will. Soll ich das Brau holen? Soll ich? Ja, kannst. Ich kann mich nachher dagegen an. Wie viel Vorsprung habe ich? Vier Sekunden? Fünf? Fast fünf Sekunden. Und zack! Über da. ZACK! Ich muss doch sagen, ein Sub-Nail, was ihr jetzt da seht. Dann habe ich alles. Ich glaube, wir sind noch vorhin beim Proberennen fahren für Screenshots. Weil es auf Google... Jetzt muss das Logo... Oh scheisse, da habe ich gecrashed. Was, du bist leider ausgescheiden. Nur eine Lichtjähler-Erschötterung. Ah, schön. Ich habe die Grafik auf das Maximum aufgeschrieben. Aufgeschraubt. Und... Ja, wir haben... Z-Kurven. Ähm... Ich musste einfach einen Screenshot machen. Weil es auf... Nicht mal auf Google-Bildern. Irgendetwas von... Das Keychand im Format 1920. Ich weiss nicht mehr, wie das heisst. Der breiten Format. GIT! Habe ich selber ein Screenshot machen. Und dann findet man bei Google nicht mal ein Logo. Nicht mal ein Logo findet man von diesem Spiel. Boah, wie armselig ist das, bitte? Ich weiss nicht, das gibt es noch nicht lange. Das habe ich... Aber eh... Hallo, ich auf die Webseite muss... Ich gehe mit dem Snipping-Tour das Logo rausschneiden. Wie armselig ist das, bitte? Oh, bremsen! Pfff... Kurve für die Steppen im Spiel. Ich habe auf jeden Fall reingeprallt. Oh, ich merke jetzt... Das Spiel saugt ja mehr Ressourcen als Borderlands 2. Nicht ein bisschen armselig, oder? Oh. Ich fahre mal so... Sie ist auf meinem Rücken so eine Schleichwerbung. Green Tube. Irgendwas wie... Green Noob Tube... Die Steine steht sicher für Noob... Die Punkle... Sie sind sicher Noob Tube. Green Noob Tube, oder so. Ich weiss nicht. Weiss, da ist die Schleichwerbung wie Powered by... Und die Freizeite... Scheisse. Scheisse, scheisse, scheisse... Oh, das ist vielleicht nicht mir zu viel Zeit gekostet. Ei, ei, ei. Uh, du... Gegen Schluss. Ich werde es dann noch etwas tricky. Aber ich denke, wir werden sicher erst durch den Fähnchen schwingen. Ui! Kling, kling, kling! Pfff! Ah, 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 ah! Legge, legge! Ah! Nein, nein, nein! 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 Oh, Mann! Wie ist es sich da noch einmal anzutun? Das ist ein Scheisspiel! Go, Mann! Du musst mit den Fahnen durchfahren! Oh! Scheisspiel, Mann! Aber man muss mich! Äeh, äh, bist nicht qualivisiert! Meine Güte! Meine Güte! Es sind dieitterschabendide. reaction Oh, genau! Ich muss wieder Home-IT-Service machen und ich will besuchen, damit wir die Idlan-Präsentation sagen müssen, um meine Familie nicht fähig für das aufzustellen, wenn du meinst. Ach, Mami. Also, ja, wie hast du vorhin gesagt? Kate? Oder wer hast du gesagt? Du hast vorhin gerufen. Wer hast du gesagt, du nicht? Kate? Oder was hast du gesagt? Ich? Ja. Ich habe überhaupt gemutet. Du nicht. Hast du den Namen gesagt, wie du auch hast? Hast du dich gemutet? Was? Oh, ja. Es ist ein Aufname. Nein. Habe ich gemutet? Sicher? Nein. Lüg mich nicht an. Was ist das? Ich glaube, du hast mich irgendwie total verarscht. Ich habe es auf Aufnahme. Mir gehört es, weil es nicht mehr so blub macht. Ja, vielleicht habe ich auch gemutet. Was hast du gesagt? Ich bin müde, ist auch gut. Ah! Aha! Jetzt musst du eben nicht auf die Spiele in der Filo, die ich... ...mache. Go, go, go. 100 km haben, wo es mich zu fressen ist. Ah! Bitte geh um! Das wollen die Zuschauer auch mal sehen. Komm. Ja. Das ist immer das lustigste an hier. Nicht nur bei Schieren, auch bei Autounfällen. Also bei Autorennen. Unfall ist immer das Spannendste. Ja. Fahr rein! Fahr Kurve! Gut. Uh, Kurve! Ich bin irgendwo dreaming Physi buildings verschübt. Ah, hier haben sie gesagt, wie sie da mit den Fähnchen schwingen. Als muss ich die Bremse ... Ach ja. Jetzt geschafft, bin ich mir ausgeschült. Mann, Mann, Mann. Was ist mein Geist? Und würdest du's Du dir jetzt anretsen wüssen, oder was? Lass dich! Oh, ist das geile Spiel, Boah! Ja, ist voll geil! Also, so am Anfang! Nein, weil ich bin noch am Anfang gefahren da! Das ist scheinbar! Aber ich bin erst! Ich fahre noch mal zu euch! Ja! Oh, jetzt! Kann man da noch irgendwie, kann ich dir noch Tricks machen oder so? Und! Ballabooms! Wir sind qualifiziert mit elf, mit vier Sekunden Vorsprung! Miauuu! Herzlich willkommen, du hast dich für ein Rennen qualifiziert! Ich weiss! Herzlich willkommen, du hast dich für ein Rennen qualifiziert! Herzlich willkommen, du hast dich für ein Rennen qualifiziert! Ich weiss, du hast ja noch nie gespielt! Ich bin gerade auf dem iPhone! Ja, iPhone, ich habe das richtig gehört! Ich bin Weltrang 60.309! Jetzt machen wir Fahrt Speichern! Ja! Fahrt 1 oder was? Ja! Speichern! Die waren doch erst mal gespeichert! Wiedergabe! Ja, jetzt! Wie kann man da weiter? Was ist das? Du bist bei ihm! Das ist das Game Alarm! Ja! Jetzt da! Fort! Zum Startmenü! Ja! Ja, aber das habe ich jetzt schon gemacht! Haltmenü! Spielen! Ähm! Wettkampf! Ja! Äh! Was? Qualifikation! Spielen! Das habe ich doch vorher gerade gemacht! Ist das ein Scheissspiel? Ja, das ist ja... Du bist qualifiziert! Versuch dein Glück beim nächsten Rennen! Aha! Ah! Ich muss den Datum abwarten, damit man dann die Rennen spielen kann! Boah, ist das ein Scheiss-Game! Oh Scheiss! Oh ja! Boah, aber... Freeride-Zeitbombe! Was ist das? Solange du... Okay, das machen wir! Oh, ich... Ich will da... Game Apps! Ich will... Scheisspielen! Oh ja! Boah, jetzt müssen wir gegen... Gagiannis 73! Boah! Aha! Das ist die Zeitbombe! Wir haben gewisse Zeitbombe, weil wir es nicht schaffen! Es muss jeder, wenn es Zeitbombe heisst! Wir müssen aber sicher nicht sagen! Oh! 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 Also bin ich schon online gegen Leute spielen! Ich weiss das nicht! Ja! Aha! Ich habe gesehen, wo vielleicht von unten gespeicherte Fahrten! Oh! Oh! Ich muss jetzt einfach kämpfen! Ge-ge-ge-campen! Kämpfen! Ich meine nicht! Ich bin ein kleiner Kind! Komm da! Ich werde dann mal mit ein bisschen Beschleunigung! Boah! 9 Sekunden 60! Ich mache jetzt eine Obereistung! Ich muss denen anrufen heute! Wem? Oh ja! Oh, ich habe es geschafft! Ähm! Wir müssen dringend ein Spiel patchen! Bei dem Zeitbombe mit dem Spielmodus muss man... Ich fahre so, 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 so einen Terroristen... Jacken anlegen! Voll, voll! Mit 10, 4! Fahr, 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 fahr! Oh! Ich habe es geschafft! Nein! Das sehen wir gestern! Ich fliege jetzt in die Luft! Ich habe es nicht gearbeitet! Dann wird es so zerfetzt! Der Kopf fliegt irgendwo her! Guck! Dann spiele ich ab 18! Spiele Spiele, die ab 18 sind! Oh! Niemand! Jetzt arbeiten wir jetzt nicht! Mal schauen, bis wir das Suizid-Bag an! Niemand begibt Suizide! Dann schaue dich einmal gegen die Kinder! Fahrt weiter nach vorne! Und dann... Passiert nichts mehr! Ja, du gewohnst! Neuer persönlicher Rekord! Fuuu! Oh! Platz 5811 auf der Welt der Angliste! Was ist das geil? Was kann ich jetzt da? Geist! Geist-Spiel! Mutigeist! Was ist das? Zentronisierung! Entschuldigung gegen Janis! Wo bin ich gegen den? Der ist sicher Erster! Der ist schwul! Uuuu! Bei dir auch! Der gibt ihm... Aha! Das sind jetzt schon mehrere drin! Oder Uit! Aha! Du! Pfff! Nein, die mache mich kalt! Das ist wieder... Und ab und decken! Oh ja! Sicher so dreijährige! Pfff! 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 Und dann ist das so... Und dann ist das so... Und dann ist das so... wie Lein! Wie... Wie immer... Pfff! 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 Pffth! Ist das doch mal ein... keinems... B Keiss git�! சperat! Und das ist ziemlich ang running! Nee, ja, ja... priced champion! Scheissspiel Wir können jetzt endlich 5 Boah Startmenü Halbmenü, kann man noch etwas anderes spielen? Spielen Gruppenrennen In der Zeit sind keine Gruppenrennen aktiv Wettkampf Du bist qualifiziert, versuche dein Glück beim nächsten Rennen 4. 4.12 14.12 Was soll ich? 6 Tage warten? Das ist ein Kackgamesabstein Nächste Woche, also genau jetzt in der Woche Das ist doch gut Die DVD will ja im Abhängig machen Aber weisst du, sie tut jetzt einfach Neues stylen Alles schön violett Obwohl, jetzt mache ich ein weiblich Boah Weg du dies Jetzt habe ich wieder männlich gemacht Sonst wird es noch Ja Ja Täuschig Boah So Handzugsdesign Oh Uuuuuh Boah, das sieht scharf aus Boah, jetzt macht mir eine Frau draus Boah, ist das ein Krippel Ist das ein Krippel Boah Erfolge Achievements, du hast keine Kei Ja Ja Ich habe noch nichts bekommen, keine Achievements Boah, man Boah, ey Boah Wettkampf Wettkampf Ah genau, das kann ich ja nicht, Qualifikation Willkommen bei Ja, ich weiss, dass ich willkommen bin Extrem, boah, ich will extrem spielen Boah, ich will wieder so einen extremen Ich will die neue Karte, die erste freigeschalten werden Wenn das Rennen noch gefahren ist worden Ist das ein Dreck Boah Wir wissen es Gut Jetzt bin ich Ego-Perspektive Hallo Ich komme aus der Ego-Perspektive Mami Boah, das ist mega scheisse Ego-Perspektive ist scheisse Oh, jetzt habe ich meine Hässlichen, verpixelten Händchen Wo sieht die Reise aus Wo ist die Scheisse Boah Oh, stopp Ich habe mich nicht mal in die Optionen hinein Ich will nur, dass ich aus der Ego-Perspektive rauskomme Röchst du mir jetzt auch runterladen? Ja Machen wir hart Wie heisst es? Hä? Boah, ich sofort Äh, Ski-Challenge 2013 Äh, da kommt schon Wenn ich Ski eingebe Ist gratis, gell? Ja, ja, Sigi Ich habe diese Zelle runtergeladen Wieso fahre ich jetzt schon verschlottern? Ihr im Browser-Speed Boah, Mann Da braucht dringend ein Peinchen Der Keib schlottert Im Kopf hat also Über 100 Fertig Ich habe keine Anzeigen mehr Was ist das für ein Dreck? Aha, das ist ja extrem Stimmt's Ah, vielleicht ist es wegen dem Boah, ich weiss Ich will etwas überlegen Ich will extrem schwer machen Mit dem Die macht mir Extreme Nervenraubende Äh Ja Boah, ist das scheisse In der Ego-Perspektive Wenn ich mal HAAA Boah, aber Boah, ey Das ist so Huggeld Es braucht mehr Ressourcen als Borderlands Es braucht mehr Ressourcen Es braucht mehr Ressourcen Es braucht mehr Ressourcen Als High-Quality-Game der Welt Spitzritter in Ressourcenverschwendung Boah, dann schlottert, Boah, Mann Boah, ich kann fast nicht reinschauen Das ist so hässlich Und nachher, Boah Dann machen wir natürlich noch ein Free-Rennen Ein Free-Rennen, Mann Ein Free-Rennen So, und HAAA Ich kann mich da noch so etwas runterjagen Viele Tasten drücken Gib Gummi, gib Gummi Ich denke, das bringt nichts Boah, der schlottert HAAA Wie immer die gleiche HAAA Boah HAAA Boah HAAA 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 Kontrolldel체가 HAAA 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 Schau mal da den detailliert Schnee Warum tun wir so etwas an, ich rege mich wieder auf Und dann die Berge So billig Und dann über eine Werbung gamed Wenn ich hier schon reinfahre, gehe ich gleich ab den Ski Oder was, komme ich vor den Rückkehrs rein Aua Ja, das ist mir gleich fertig Wir gehen dumm wie hier Ist das scheisse das Game Wolltest du nicht umfallen Mami kann schon umfallen Aber wenn wir dann noch mal Wir haben null kam, habe ich dort reinfahre Boah ist das verpixelt scheisse Sieht die Tannen scheisse aus Oh jetzt ist das rum Suiziiiid Ja, sehr logisch, man sieht mal wie die es animiert ist Aaaaaaah kopfschmerzend Wo kann ich jetzt so Ich kann auch nichts mit den Pfeiltasten machen Oder so Äh, spielen Äh, mit den Maustasten Oder mit scrollen, kann man auch nichts Boah, jetzt kann ich noch mit den Tasten arbeiten Etwas mehr gibt es nicht, ich kann Ich laserschwerte einsetzen oder so Boah, ist das laut Boah, ich dachte mir gehört es Wie ist mein Vater, da fahre ich drüber Das mache ich jetzt so Oh, V3 Badaboom Das Boah hat mich auf Fressen geschlagen Boah ist das schlecht animiert Und schaut mal hier, sieht man es noch gut Das sind so wie Karton-Dings, das sie aufgestellt ist Das ist ein Scheisspiel Boah Oh, wir müssen jetzt etwas wirklich machen Mit Trash, nein, da kann ich mich so richtig so rauslassen Und ich muss nicht jeden Modus probieren Schreibt mir die Kommentare, ich kann nicht So und jetzt? Einfach spielen oder was? Ja, go go Oh Oh, scheisse Jetzt fällt es schon gedrückt Ist das ein Scheisspiel? Äh Ihr Spiel Wollt ihr nicht starten? Ich will überall starten und spielen Es gibt immer die verschiedenen Knöpfe Blick, Blick, obwohl man die Schlimonkos ist Ah, die Einstellung des Kifahrer Sound Steuerung, Spiel zurück Ah, zurück, ah da Spielen Äh, Spielen Training oder Online? Wir spielen wirklich irgendetwas ZACK, wir gehen die drüber Mach mal Online Kann man das? Nein Training Äh, ja, ja, Zeit trainen Spielen Sie schauen, Fahrradik und Ja, Spielen, so What? Hey, Gondeli fahren, nein Also, noch schlechter animiert, als ich gedacht So, jetzt möchte ich es auch mal ausprobieren Der Scheissdreck Und übrigens Ja, ich werde fangen an Schissdreck Sag nicht Äh, ihr Grafik nicht gut Es ist alles auf Maximum Ich kann nicht mehr Grafik ausholen Aus dem Spiel He 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 Boah, jetzt sind wir gleich mal Anhalten Halt an du! Boah! Boah! Boah, die Linie Schau mal an den Piston-Bully Wie der schon animiert ist Wow! Da hat gerade ein Orgasmus Afrobauer Boah! Oh, boah! 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 Gilbeilés! Gil contributes Geh mal, geh mal. Geh mal, geh mal. Jetzt muss ich hier einen Input rein, dass man so fliegen kann. Geh mal, geh mal, geh mal! Boah, jetzt hat die Luft. Dum dum dum. Boah, ich bin scheisse. Was ist das für ein Scheissdreck? Schau. Wenn ich hier oben am Horizont schaue, schau doch mal da oben. In der Leim! Wirklich mein Leim! Hi! Lass mich dir anschaue. Ah, Das Häusli ist schön gemacht und in den Berg schätzlich verpixelt. Boah ist das scheissig, weil du die so toll hast. Du ist das, schwumm, boah, Giul is the scheisse. Äh, Miau. Geh mal, geh ma, gehn ma, gehi ma! MiaWhich是不是 gibt es unseren Fan-K Кол просто. Mann im Fladen Golf. Man könnte zu viel Ressourcen fressen. Und die Leute haben weniger Mongols hier auf das scheiss Schneefeld zu setzen und die Mongols schwingen sie dann ins Fähnchen, aber ich mag nicht wissen wie die älteren Versionen sind. Also wie das tönt wenn der landet und gar nicht. So wie, uh, Padafix. Und dann hat sie auch noch verzögert. Jetzt wird sie ruhig, jetzt wird sie ruhig. Jetzt hör mal, hör mal, wie das tönt. Boah, ist das scheisse. Ich mach auch die Runde fertig, wenn er so alt kommt, äh, alter Vierdrück, das Spiel geht. Nein, das ist so geil, das reisst. 15 Stunden gespielt zum Schluss. Moitometer. Das ist scheisse, ey. Boah, ich kann fast nicht mehr. Ich kann nicht mehr schlafen. Das ist geil, Alter. Und jetzt, oah, voll umgekehrt. Die Leute, die Schnee hat mir weggewirbelt. Ist das scheisse Spiel? Boah, aber, obwohl man diese Sonne schön animiert hat, wo man ins Gesicht hineinblendet. Boah, und ich habe sogar einen rückwärtsgang in WTF! Oh, weiss ich, wie sich der jetzt bewegt, elegant, wie der vibriert. Und boah, das hat einen Hyperanfall. Ist das ein schlechtes Spiel, ist das ein schlechtes Spiel. Überall, überall, überall sind wieder die gleichen Häuser und die gleichen Hochsteine, wo sie runter snipen können. Boah, weisst du, weisst du! Weisst du, wenn sie denke, noch... Wenn ich nachher zum Boden liegen, können sie nachher... Wenn es da wenigstens einen Sniper hat, der es dir schwer machen würde. Ja, weisst du, wenn ich nachher getroffen bin, sich so ehm... Sowe! Er hatte eine Drehbockanne geh ‫!!! Boah, das ist ein schlechtes Witz. Oh jetzt, sieben einmal die Sessongondoleien, so kommisch ist ein weisser Container. Was ist es überhaupt für ein Dorf hier?! Meine Güte. Okay, ich kann nur mehr. Danke fürs Zuschauen. Bisschen zu ruhig und alle Verabschiedungen machen. Das ist ein Scheiss-Spiel. Lass es nicht ankommen. Das ist richtig geil. Die Zeit, die man verdient, das investiert, garantiert nicht. Das ist lebensverländisch. Oh, hier ist noch das Geräuschaufbau, das kann ich schauen, ist das ein Scheiss-Spiel. Das ist geil, Leute. Wir sehen es in der nächsten Stunde. Und die Schimmerli kann jetzt noch den Abschied sagen. Bönniss.